Mein Name ist Elisa Dogor, ich bin 15 Jahre alt und spiele jetzt seit dreieinhalb Jahren beim Jäger AGV. Meine davorigen Vereine waren der FC Königsfeld und der SG Leislingen. Die Ziele mit der Mannschaft sind, eine Platzierung im oberen Drittel zu erreichen und persönlich würde ich mich gerne ein bisschen weiterentwickeln und halte mich verletzt.